Predigten des Herrn Predigt 25, Johannes 15, 26 und 16, 7 Die Verheißung des Trösters Wenn aber der Tröster kommen wird, welchen ich euch senden werde vom Vater, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, der wird Zeugen von mir. Aber ich sage euch die Wahrheit, es ist euch gut, dass ich hingehe. Denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, will ich ihn zu euch senden. So spricht der Herr. Dieser Vers findet sich in zwei Kapiteln des Evangeliums Johannes vor. Und zwar im ersten As ein Versprechen, dass ich meinen verlassenen Jüngern den Tröster, den Geist der Wahrheit senden werde, welcher ihnen zeigen wird, dass alles wahr und richtig war, was ich sie lehrte. Und im zweiten As ein Hinweis, dass mein Hingang notwendig war, um das zu bekräftigen, was ich ihnen von mir und meiner göttlichen Sendung gesagt hatte. Denn in diesem zweiten Kapitel heisst es, wenn ich nicht hingehe, so kommt der Tröster nicht zu euch. Dadurch bewies ich ihnen, dass mein Hingang zum Vater, wie ich mich dort ausdrückte, teils als Schluss meiner Mission, teils auch als Anfangspunkt der Ihrigen nach meinen Plänen, die ich zur Rettung der Menschen entworfen hatte, unumgänglich notwendig war. Wenn ein Meister seine Zöglinge verlässt, ehe sie ganz reif sind, um auch ohne ihn den Lehrkurs fortsetzen zu können, so ernennt er gewöhnlich einen Stellvertreter, der das Weitere ausführt, was zur Vollendung des Ganzen notwendig ist. So tat auch ich. Meine Mission auf Erden oder mein Verweilen unter meinen Jüngern war nur so lange von Nutzen, als sie noch nicht ganz in meine Lehre eingeweiht waren. Ich musste mein Dasein auf eurer Erde erst mit der grössten Tat der Demütigung und der Liebe beschliessen, was der praktische Teil meiner Lehre war. Ich musste meinen Jüngern durch die Tat zeigen, welche Opfer meine Lehre und deren Erhaltung verlangt und ihnen gleichsam vorausgehend als ewiges Beispiel zeigen, was meine rechten Jünger auch zu ertragen imstande sein sollen, das heisst, sogar ihr Leben für ihren Glauben zu lassen, welchem Schicksal später viele von ihnen erlagen. Ich musste ihnen auch beweisen, durch meine Auferstehung, wie wenig der Tod seine Macht an mir ausüben konnte. Damit sie sich aber in der Zwischenzeit bis zu meiner Himmelfahrt oder Rückkehr in mein Reich nach dem harten Schlag, den ihnen die Abwesenheit meiner sichtbaren Person verursachte, recht fassen konnten, so war es meine eigene hohe Pflicht als ihr Meister und Lehrer, ihnen einen Ersatz für meinen Verlust in Aussicht zu stellen. So versprach ich ihnen einen Tröster, den sie sich, als ich es ihnen sagte, wie auch später, als ich es wiederholte, eher als eine Persönlichkeit, denn als eine Kraft dachten. Als ich ihnen diese Worte und manches andere sagte, waren sie noch zu sehr weltliche Menschen. Sie konnten den geistigen Sinn meiner Worte, ja, meiner letzten, grössten und tiefsten Abschiedsworte, nicht im geistigen Sinn verstehen. Deswegen sagte ich ihnen ja auch, ich hätte euch noch manches zu sagen, aber ihr könnt es nicht ertragen. Was mit anderen Worten sagen will, ich kann euch Geistiges nicht in weltliche Begriffe verwandeln. Ihr seid zwar Gläubige, aber noch unmündige Kinder. Und es muss erst die letzte Weihe über euch kommen, die euch von Kindern zu Männern ausreift, damit ihr geeignet seid, das von mir gehörte zu verstehen und es anderen so wiederzugeben, wie ihr es von mir empfangen habt. Diese Überschattung durch meinen Geist machte sie zu Wiedergeborenen. Denn mein Geist vollzog diesen Akt als Trennung des Geistigen vom Weltlichen. Das Verstandesleben hörte auf und das Leben des Geistes oder Herzens begann. So waren denn meine Jünger ausgerüstet, mit geistiger Willenskraft zu reden und zu wirken, wie es meine Lehre erheischte, um so dem von mir begonnenen Erlösungswerk seine ewige Dauer zu sichern. Was in jenen Zeiten mit meinen Jüngern geschah, das hat sich in jedem Jahrhundert mit einzelnen von mir dazu erwählten Männern erneuert. Nie mangelte es an solchen mir ganzergebenen, die ihr Leben für ihre Überzeugung liessen. Immer gab es solche Mahner und Auffrischer meiner für die Menschheit so teuer bezahlten Lehre. Sie waren bestimmt, mitten unter dem groben Missbrauch, den man mit der Religion trieb, die Lehre des echten und wahren Glaubens nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Auch in eurem Jahrhundert mangelt es an solchen Begeisterten nicht. Und jetzt, da die Menschheit sich noch mehr ins Weltliche verirrt, jetzt, wo sich das Ende dieser Prüfungsperiode für die Menschheit naht, vermehren sich auch die Anhänger meiner wahren Lehre, welche so zur Gründung meines Reiches die ersten Bausteine liefern sollen, damit ich schon bei meiner Ankunft gläubige Herzen vorfinde. Denn zum zweiten Mal will ich nicht tauben Ohren predigen, sondern die Dämmerung des Morgenrots muss da sein, und die geistigen Augen meiner Verehrer müssen schon vorbereitet sein, das ganze Licht meiner Liebe und meines Erscheinens ohne Schaden ertragen zu können. Wie ich in jenen Zeiten meinen Jüngern den Tröster versprach, welchen ich ihnen senden würde, so lasse ich auch jetzt in jedes fromme, mir ergebene Herz den wahren Trost einfließen, den nur meine Lehre, nur die wahre Religion und das wahre Glaubensbekenntnis geben kann, welches aus meinen Worten erhält. Jetzt ist der wahre Tröster in den Menschen gelegt. Er erwächst aus der richtigen Befolgung meiner beiden Liebesgesetze, wenn sie richtig aufgefasst, auch in diesem Sinne ausgeübt werden. Um mein Werk zu beschleunigen, habe ich mich herbeigelassen, durch direkte Mitteilungen alles klar auseinanderzusetzen, was den Menschen, wie meine Jünger einst sagten, zu hart oder zu unverständlich war. Jetzt, da meine Mitteilungen so reichlich fliessen, bin ich eigentlich schon geistig auf eure Erde hinabgestiegen, lehre und führe meine Kinder tatsächlich wie einst. Es fehlt nur meine sichtbare Erscheinung, welche die Zweifelnden aber nur zum Glauben zwingen würde, was gegen die Freiheit des Menschen wäre. Jetzt wähle ich wieder meine Jünger, die die goldene Saat meiner Liebelehre aussäen sollen. Nur habe ich jetzt nicht mehr nötig, sie so zu führen wie einst. In jeder Zeit musste ich andere Mittel anwenden. Ich musste selbst kommen und ihnen das wirkliche Dasein Gottes durch meine Worte und Taten beweisen. Jetzt braucht es diese Gewaltmittel nicht mehr, denn die Wissenschaft mit ihren Entdeckungen im Gebiete meiner Weltschöpfung hat den mit Geist und Herz beobachtenden Menschen Wege genug geöffnet, mich überall zu finden und mein wirkliches Dasein anzuerkennen. Der Glaubenslehre parallel läuft heutzutage die Lehre durch Überzeugung. Nur ein absichtlich Blindsein Wollender wird das Dasein eines Gottes leugnen, welches doch in allen Ecken und Winkeln der Schöpfung, unten und oben, ja selbst in des Menschen eigenen Herzen, trotz aller Gegenbeweise besteht. Nur ein solcher Mensch wird leugnen, dass es einen Gott, einen Gesetzgeber und, wie das hinterlassene Werk eurer Bibel es euch lehrt, auch einen liebenden Vater gibt, der trotz Verehrungen und Ausschweifungen aller erdenklichen Art der Menschen stets Verzeihung statt Vergeltung, stets Geduld statt strengen Gerichtes übt und stets das Leben und nicht den Tod, den Geistigen nämlich, verbreiten will. Deshalb ist auch euch jetzt der Tröster ins Herz gelegt und ihr seid Herren eures Friedens und eurer Ruhe. Ich brauche euch denselben nicht mehr zu senden, da ihr ihn schon von mir empfangen habt. Es ist an euch, das Empfangene gehörig in Wort und Tat auszuüben, weil ihr dadurch zeigt, dass ihr meine Kinder, meine Jünger in dieser Zeit seid. Kümmert euch nicht um die Ausschreitungen auf religiösem Gebiet, die sich jetzt überall regen. Sie sind wohl Wecker, doch ihren Anhängern wird über kurz oder lang der Hauptfaktor, der Tröster fehlen, den ich damals nur denen versprach, die meine wahren Jünger waren und denen auch ihr in allem nachfolgen sollt. Es mögen noch so viele religiöse Lehrgebäude aufgebaut werden. Wer nicht zu meinem einfachen Hause zurückkehrt, in dem nur die Liebe, geleitet durch die Weisheit, allein thront, dem fehlt in schweren Augenblicken der Tröster überall. Denn ihm fehlt neben dem wahren Glauben die wahre Überzeugung, ihm fehlt der Geist der Wahrheit, den ich einst meinen Jüngern versprach und auch gesandt habe, und der einem jeden zuteil wird, der mich im Geist und in der Wahrheit begreift, und im Geist und in der Wahrheit meine Lehre in der Tat anwendet. Wahrheit gibt es, wie ich es euch vor kurzem bewies, nur eine. Wer dieser nicht huldigt, der hat auf Sand gebaut. Kommen dann die grossen weltlichen und geistigen Stürme, die zur Reinigung des Geist-Seelen-Wesens auf dieser Erde stattfinden müssen, so wird solch ein Haus auf flüchtigen Weisheits- oder Verstandessand gebaut, samt seiner Unterlage spurlos verschwinden, als wäre es nie dagewesen. Nur dasjenige Gebäude wird feststehen, allen Stürmen trotzen und sich als einzige Wahrheit, als einziger fester Grundbau erweisen, welches auf mein Wort, auf das Wort des Gottes und Schöpfers des ganzen Universums gebaut ist. Denn was ein Gott sprach und mit solchen Opfern seinem ganzen Geisterreich auch durch die Tat bewies, wie ich auf eurer Erde, das kann nicht trügen, kann nicht täuschen. Die Getäuschten sind diejenigen, welche allen Mahnungen und Rufen aus der Sicht und unsichtbaren Natur ihre Ohren verschliessen, den Tröster in ihrem Verstandesleben suchen, während er nur allein im Herzen zu finden ist. Daher bedenkt jene Worte, die gerade in diesen Kapiteln 15, 16 und 17 stehen und die ich einst zu meinen Jüngern gesagt habe. Sie sind die wichtigsten, gewichtigsten und tiefsten, denn sie waren die Scheideworte eures Vaters, der, ehe er den letzten Liebesakt vollziehen musste, noch einen, und zwar den Schlussstein seines geistigen Gebäudes, welches er auf Erden zurückließ, gelegt hatte, dessen Bedeutung weit über die jetzige Zeit hinausragt. Was ich meinen Jüngern versprach als den Tröster, welchen ich ihnen senden würde, das lag schon in diesen von meinem Lieblinge Johannes aufgezeichneten Worten. Meine Jünger verstanden sie nicht, aber ihr, die ihr jetzt schon so ziemlich geschult und vorbereitet seid, meine Lehre zu begreifen und zu fassen, wie ich sie verstanden und auch ausgeübt sehen möchte, ihr könnt in diesen hinterlassenen Worten den Tröster finden, der euch erleuchten, erheben und stark machen kann, gegen alles Kommende, wie auch einst mein Geist die Jünger bestärkte, um ihre künftigen Schicksale mit der zu ihrer Mission notwendigen Seelenstärke zu ertragen. Euch erwachsen zwar solche bitteren Momente nicht, wie einst meinen Jüngern bei ihrem Lehramt, aber desto mehr habt ihr zu kämpfen mit der Welt, mit ihren Annehmlichkeiten, mit euren Mitmenschen, von denen die Mehrzahl nicht den Weg, den ihr geht, sondern gerade den Verkehrten eingeschlagen hat. Euch wird es so gehen, wie ich es meinen Jüngern prophezeite. Die Welt wird euch hassen, weil ihr nicht von ihr seid, das heisst, weil ihr anderen Grundsätzen, anderen Prinzipien huldigt, als die Mehrzahl der Menschen. Aber hier ist der Tröster euch am Nächsten, der euch für dieses kurze Prüfungsleben einen längeren, grösseren, ja ewigen Genuss entgegenhält, als Lohn für ein treues Ausharren bei dem einmal festgesetzten Wort eures Vaters, eures Jesus, der sein irdisches Leben gab, um irdische Geschöpfe vom geistigen Verderben zu retten. Daher sei auch euch das der beste Trost, den ich jedem nach jeder vollbrachten guten Tat ins Herz lege, dass die beste Belohnung und die beste Beruhigung meinen Lehren, meinen Worten gefolgt zu sein, welche am Ende doch, trotz alles Weltglanzes und aller Weltmacht, die letzten Stützen sein werden, welche den Kämpfenden als Rettungspfeiler im grossen Ozean der Weltereignisse bleiben werden. Verlasst daher den Tröster in eurem Herzen nicht und der, welcher diesen Tröster in euer Herz legte, wird euch nicht verlassen. Das versichert euch der, welcher schon so viel himmlisches Brot, so viel geistigen Segen und so viel wahren Trost über eure Häupter ausgeschüttet hat. Amen. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Es hilft, es heilt die göttliche Kraft!